Hallöchen Leute, Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Tracker Ein, ja, ist dieser Part nämlich Wird im teaser als ein Schwert-Kampf-Training mit Father Rocker So welchen Part wirklich schnell Leute Okay, dann mal rein hier 999 Treffer, das kann was werden Dym Schusser Schusser Dominik, dir geht's also gut Warum hast du mir die Sache mit dir verschwiegen? Jetzt versichst du euch von dir einfach an loszuziehen Komm, pass weg, schon hat sich unsere Freundschaft in selbst Fisch den Seinen an Aber der ist zumindest freundlich Nee, nicht zu sehen, das ist auf deinem Reiswerkstecker von Zeit ein Ja Dann sei gewappnet, du Arschenrasel Du, 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 du Shalom Du, 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 du Du, 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 du 100 Treffer sind noch gar nicht Und FITZ Zack, zack, bams, bams 100 Treffer sind gar nicht FITZ FITZ, FITZ, bams, bams 100 Treffer sind echt nix, Leute, weil das Und Zack Ist nämlich eigentlich sehr leicht, dieses Schwertkamptraining Ihr müsst nur aufpassen, ihr habt echt hier nur drei Herzen und mit einem Anruf zieht, der komplett ist riesig Wir haben ja hier drei Redenherzen, aber die zieht ja sofort mit einem Schlag komplett ab Jetzt muss ich hier aufpassen Und bams, 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 zack, zack Wow Ich hasse diese Ecke da drüben, Leute, ne Weil er kann euch so leicht treffen Bams Und immer schon die Bendy Also, ihr Special Move Wow Boah, knapp Immer schon den Special Move einsetzen, weil der Der bringt immer zwei Punkte Bams Düm, düm Zack Und zack Und jetzt haben wir schon die 100 Punkte erreicht, seht ihr? Tadam Die 100 Punkte zu erreichen ist gar nicht Aber die 900 Die 999 zu erreichen ist schwer Das ist eigentlich ein schwieriger Faktor, die 999 hier zu erreichen What the fuck? Okay, los, komm, los Schlitz Und zack, zack, bams, zack Externeingesprung Okay, wird jetzt aggressiver, merke ich Zack, zack Leider bekommt man nicht für die Böbelattag und so zwei Punkte, das wäre nämlich viel besser, auch wenn ich Haben wir Angst, chill jetzt Zack, zack, bams, bams Haa Und zack, zack Schauen wir noch immer Angst vor dir Und, bams Das mit mir rohen Schwert, Leute, ich muss euch vorstelle Ich habe ja jetzt hier noch ein kleines Schwert, man bekommt euch noch ein anderes Schwert, aber was das ist Verrate euch noch nicht, weil außer die Leute, die Windflager kennen, die kennen es schon lange Aber worüber ich mich mal freuen würde, wenn ich ein paar Kommentare kriegen würde Das wäre nämlich sehr nett von euch Wenn ihr ein paar Kommentare schreiben könnt Das wäre nämlich sehr nice von euch Oh, okay Wie gesagt, Windschweiger werde ich auch versuchen ganz So wenig Gas kommt, als ihr wie möglich einzubringen Wir seht nämlich, ich nehme mir ja jetzt schon wieder alleine auf, fünf Partys schon wieder Bams Zack, zack, bams, bams Ich meine immer weniger Treffer, weil man weiß ja nie Zack Okay, Angriff Okay, komm her, los und Bam Huhu Diese Stelle war gefährlich, Leute Diese Stelle da drüben ist gefährlich, sehr gefährlich sogar Für mich Bäm Das denkst du dir was? Du denkst du bist der stärkste oder für mich stärker als du? Und zack Ha Höh Schlitz Schlitz Alter, komm von der Tür weg Schlitz Zack Hier brauchst du nämlich richtige Reaktionszeiten immer Zack Ihr wollt nicht sehen, weil ich schon ein Freak bin gegen den Zack Komm Komm Schlitz Weil, wenn ich lange war, dann könnte ich ganz oft gegen Pader Orca Und dann habe ich schon sehr öfteres die 990 Schrefer erlang Zack 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 Und ohne, komm 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 300 Zack, zack 300 Punkte zu erledigen, auch noch nichts Die 990 Punkte, das ist das Bei 300 bis 300 ist das auch sehr leicht Ihr seht Das ist einiger Tag verloren aus Schusslichkeit, war ich einfach zu dumm so Nicht aufgepasst habe Obwohl, nein, das ist ein Spechmus, ich habe versucht Und hat einfach, mich auch trotzdem getroffen Das war ich ja so komisch Bei diesem Spechmus hat er mich trotzdem getroffen Aber es ist ja auch real Kann halt passieren, und fällt Was passiert ist, es ist passiert, ich kann auch nicht mehr, zack Nö, in dieser Ecke kann ich nicht mehr Ich bin zu gefährlich Bam Zack, 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 zack Ah Zack, du Komm schon, und bam Zack, zack Oh, schon 5 Minuten, oh Gott Ich will das in dem Part hier schaffen Ich kann nämlich nur diesen Part aufnehmen Ah Bist du deines Wahnsinns Komm, weg von diesem scheiß Teil hier Bam Weg Hier Komm, und zack, 400 Zack WTF Was war das zum Teufel Oh Gott Ich will die 999 erreichen Woah Gott, 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 scheiße, scheiße, scheiße Jetzt wird es knapp, jetzt wird es kritisch Weil noch 1,3 können unsere 999 irgendwo hinschmieren Oh Gott Ich weiß nur noch 2,3 für besser Sicherheit geht vor Gott, 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 Gott Schlitz Zack, zack Sicherheit geht vor Ja Bam Sicherheit geht vor Sicherheit geht vor Zack, 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 zack Ah Okay Weg hier, weg, weg von den Ecken Die Ecken sind echt die schlimmsten Teile in dieser Arena Und schlägt Und schlägt's Oh mein Gott Schlägt und weg von diesem scheiß Teil da Ah Oh Gott Auch wenn wir nur 500 erreichen Ich glaube, wir kriegen das jetzt ja mit 500 Weil ich weiß nicht, ob ich die 999 packe Weil das ist ziemlich kritisch schon Wie ihr seht mal, ich fasse nur noch Special Moves 500 schon mal gut Gut Hä Ich war eigentlich nur noch 2 Eingriff für Leute, das ist kritisch Und schlägt's Die Ecken zu den Ecken Die Ecken Zack, zack Ich muss aufpassen Schlitz Schlitz, 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 Schlitz Hier ist schon mal 5 Eingriff Los, Schlitz Nein, nein, mach ich gar nichts mit hier, kannst du da nicht mal... Oh, DAAAMM! Zack, 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 zack. Bei 99 Treffen hier zu erreichen, ist schon eine Herausforderung in der Wind Waker. Man weiß nie, wann er abblockt und so. Ab der 600 wird es schon sehr schwer. Weil er blockt er, glaube ich, öfters ab als sonst. Und da wird es schon sehr kritisch. Ben! Zack, 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 zack. Oder wann kostet Standbildung aus? Und wenn ich nicht in fünf Minuten schaffe, überziehe ich den Fall, bis ich kein Leben mehr habe hier. Aber, wie ich auch sehe, ich halte mich sehr vorsichtig jetzt nur. Komm schon, Schlitz! Komm schon. Feigt! Ja! Bam! Bam! Das war jetzt echt nur ein Angriff, Leute, weil er war schon wieder in dieser Dome in Ecke. Mein Gott! Du Eckenkind! Ich prügel dich. Ja! 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 Düm. 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 Düm! Düm. Düm. Seht ihr, die 600 wird es jetzt schon sehr schwer. Das war's jetzt nämlich doch früher. Düm. 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 ja auch nicht so gut am kopf ich bin froh wenn ich überhaupt noch mal treffen kann auch nur mit dem special move weil 600 ist welchen kritisch und ich habe nur ein herz es noch kritischer fahrrad die erster rechtlichen fünf Minuten dann nämlich den überzieht diesen Park schlitz Gott schlitz vorsichtig ist nur vorgehe die meisten machen dieses Traininglauf mit dem zweiten Schwert okay ich verrate ich jetzt einfach was denkt ihr wohl was für ein zweites Schwert ist nicht vorspulen deswegen jetzt war ich ein Tülles gleich schlitz bei den 700 ein Tülles erst bei 700 hehehe so lange könnt ihr ja nachdenken was es ist denkt so lange noch und schlitz zack 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 ihr könnt mir eure Denkerei in den Comments schreiben obwohl ihr habt dann bestimmt schon das Ende dieses Passes gekocht verdammt egal egal und schlaaah schlaaah ich hab schlaaah gesagt oh Gott oh 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 schlitz okay 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 ich sage euch das zweite Schwert das zweite Schwert ist das Master Schwert wie fast in jedem Seller ist das neue Schwert das Master Schwert und ich glaube die meisten Spieler machen das hier erstmal mit dem Master Schwert ich weiß nicht warum aber ich mache es meistens hier mit dem Schwer erst wie hier und schlitz zack hm g gott 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 kritische bluuuuu du dun dun du 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 und sagt bäms bäms so muss das immer weitergehen und hoffentlich schaffe diese Situation mit 999 darüber werde ich nämlich sehr froh dann könnt ihr euch mit Skill gegen Farrer Walker beweisen auch wenn ich ab 900 glaube ich noch Special Moves einsetzen werde weil ab der 900 da rastet er richtig aus da macht er fast nur noch Abwehr ich versuche jetzt höchstens noch dreimal mindestens zu schlagen weg aus den Ecken das wird kritisch immer noch immer kritischer wird es jetzt weil wir lernen uns ja 800 und ab der 800 wird es noch kritischer pro 100 wird es immer kritischer und immer schwerer Leute das merkt ihr sicherlich schon weil es wie sehr ich mich schon nicht erachten muss dün dün schlitz zack 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 der Part wird auf jeden Fall überzogen das will ich hier in diesem Part nämlich schaffen zack zack ach du nat okay nur noch 199 mal 199 treffer noch bitteschön des Wahnsinns zack 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 ich könnte aber auch so die Sprunger-Tag so ausführen wie sie aus ja genau so für ich meine Sprunger-Tag aus dann sind wir uns zwei Angriff dazu bähäms zack 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 so kann ich die Sprunger-Tag auch anscheinend ausrufen das wusste ich noch gar nicht richtig zack 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 oh hat ich geklappt verdammt zack bäh 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 Nein, nein, böser Vater Aukar. Ich hab dir nie was getan. Wow. Zack. Ihr seht, er wird jetzt immer schneller mit dem Angriff von ihm. Bämst. Zack, zack. Und schlitz. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm. Okay, wir haben fast die 900. Und schlitz. Weg von dem Schrocker da. Bäm, bäm. Habs. Ich hab fast die 900. Zack, zack, zack. Wow, bist du jetzt Wahnsinns. Okay, okay, okay. 900. Nur noch 99 Mal. Komm, wir schaffen jetzt, zack, zack. Auch wenn ich jetzt nur auf Abwehr gehe, Leute. Kann da nichts für, aber so muss das halt sein. Ich habe Angst, dass ich nachher verkacke. Ich hab's schon mal bei 900 bin ich schon mal, hab ich schon mal so verkackt. Das war so übel. Das war echt übel, Leute. Und schlitz. Ich mach's echt nur noch mit, hier, Dingels. Schlitz. Wow. Okay, Abwehr for the win. Abwehr, Leute, sorry. Muss halt sein, sonst schaffe ich das nicht. Sonst schaffe ich das so nicht. Und, bäm. Okay, ich könnte vielleicht einmal mit Sprungattacken auch einmal angreifen. Aber nur einmal. Nur einmal. Okay, so könnte ich aber eigentlich weiter angreifen. Was ist das für ein Angriff von mir? Ein dummer Angriff. Okay, nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft, Leute. Bam. Okay, Abwehr ist jetzt das A und O. Das A und O. Bam. Okay, wirklich noch Abwehr, Leute. Ihr seht, wie schnell er ist jetzt nochmal. Zack. Wow, der Hocker ist gefährlich. Da bin ich schon mal dran gehängen geblieben. Bäm. Zwei nicht in diesem Part, aber trotzdem bin ich da schon mal dran hängen geblieben. Zack. Düm. Düm. Zack. Düm. Düm. Hahahaha, nur Abwehr, Leute. Ist ja geil. Ja. Es wird kritischer. Immer kritischer. Düm. Okay, aber wir schaffen hier 99, hoffentlich. Ich kann es doch nicht versprechen, dass ich jetzt die zehn letzten Treffen noch kriege, weil ich könnte jetzt auch irgendeinen Fehler bauen und dann wäre es für die Katz. Okay. Nicht mehr Fehler, sechs Treffer noch. Schlitz. Schlitz. Okay, zwei Treffer noch, komm schon. Oh Gott, 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 oh Gott. Das genügt. Jawohl. Großer Dominik, du hast so viele Treffer gelandet, ich bin gar nicht mehr mit dem Zehnen hergekommen. Es gibt nichts mehr, was ich hier lernen könnte, Meister Dominik. Ich bin jetzt ein Meister. Meister, besinn das hier an. Dö, 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 dö. Du hast ein Herz hergefunden, vier dahin, kein Zendrin. Deine Gehörte schon eins. Schon lange hatte ich keinen solchen Spaß mehr, mein linker Arm ist ganz taub geworden. Meister, hast du keinen Kraft in den linken Zeigefinger? Nein. Warum sollte ich? Leute, ich würde sagen, ich beende dann hier diesen Part. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.